Heute gibt es ein Aktions-Bundle. Ein Bundle mit mehreren Aktionen, die für meinen Workflow unfassbar relevant sind und die eigentlich in jedem Bild zum Einsatz kommen. Und zwar ist dieses Bundle so ein bisschen die Antwort auf die Frage, die ich wirklich sehr häufig gestellt bekomme. Was mache ich denn in welcher Reihenfolge? Wie bearbeite ich? Mache ich zuerst die Retusche, mache ich zuerst die Farbe und dergleichen? Und was ist eigentlich eine Luminanzmasken-Aktion? Da gibt es ja unfassbar viele. Und wie schaut es mit Frequenz-Trennung und was weiß ich nicht alles aus? Und hier möchte ich dir einfach mein Bundle mit an die Hand geben, meine Aktionen, die ich eigentlich immer benutze. Im Download-Bereich, also in dem Download, den ich per E-Mail rausgesendet habe oder über meinen WhatsApp-Channel, hast du die Möglichkeit, eine Aktion einfach per Drag & Drop zu installieren. Das heißt, du nimmst die Aktion und ziehst die Aktion, diese sogenannte ATN-Datei, einfach auf dein Photoshop-Symbol. Bei dir auf dem Rechner, auf dem Desktop-Schreibtisch, wo auch immer das geparkt ist, ist vollkommen egal. Alternativ kannst du auch, und wir springen mal hier in Photoshop rein, auf Fenster gehen, Aktionen. Und dann gehst du hier oben auf dieses kleine Icon, auf dieses Burger-Menü und sagst Aktionen laden. Okay, dann wählst du die Aktionen aus, die du runtergeladen hast und dann ist das hier mit drin. So, und ich möchte dir jetzt zeigen, worum es geht. Ich gehe mal auf Plugins und hole mir einmal das Action-Plugin, was du ja bereits von mir bekommen hast. Und dann werden wir jetzt hier einmal reingehen und zwar werden wir uns die Workflow-Aktionen einmal raussuchen. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann siehst du, dass du einmal Workflow-Vorbereitung, die Frequenztrennung, die Konturenmasken, die Luminanzmasken, Kanäle sammeln und leuchtende Konturen hast. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die ganzen Einzelheiten gehen, aber lass uns doch mal anschauen, was hier passiert. Und ich gebe dir einen groben Einblick. Also, Workflow-Vorbereiten. Wenn wir da draufdrücken, dann siehst du, dass einiges bei dir in deinem ebenen Stapel passiert. Und zwar bekommst du mehrere Gruppen. Das ist einmal eine Gruppe, die heißt Post, steht für Post-Production, also letzten Endes der Start der Bearbeitung, also die Nachbearbeitung. Dann hast du einen Ordner Farbe-Gruppe und Retusche-Gruppe. Und das ist genau die Reihenfolge, die ich dir auch empfehlen würde, von unten nach oben abzuarbeiten. Also, wenn wir uns das mal anschauen, starten wir mit der Retusche-Gruppe. Da ist schon eine leere Ebene drin, weil ich immer auf einer leeren Ebene arbeite. Ja, seltenst mit einer Kopie, der eigentlichen Bilddatei. Da musst du mal gucken, wie weit du bist, wie weit du das verstehst. Aber Werkzeuge, zum Beispiel, nehmen wir beispielsweise mal den Reparaturpinsel. Die haben ja immer die Möglichkeit, hier oben den Aufnahmebereich zu definieren. Und hier steht jetzt aktuell und darunterliegende. Das heißt, wir nehmen die Quelle aus der darunterliegenden Ebene und kopieren die auf die aktuelle Ebene drauf. Das heißt, wir können auf einer leeren Ebene arbeiten. Und wenn ich jetzt hier reingehe, dann könnte ich beispielsweise hier die Quelle aufnehmen und kann hier Dinge rausretuschieren, die mich beispielsweise stören. Und habe das alles schön feinsäuberlich auf einer neuen Ebene. Erst dann gehe ich in die Farbkorrektur. Und was bei mir hier passiert, ist, dass automatisch drei Ebenen angelegt werden. Eine Ebene von Kontrast für Farbangleich und für Farbkorrektur. Das heißt, das sind drei Standard-Ebenen, mit denen ich immer arbeite. Du musst mal gucken, inwieweit du damit zurechtkommst und arbeiten magst. Ansonsten können wir gerne einmal darüber sprechen, wie man diese Workflow-Aktion umschreiben kann, dass du standardmäßig die Ebenen bekommst, mit denen du gerne arbeitest. Beispielsweise mit der Farbton-Sättigung, falls das deine Ebene ist. Oder wenn wir jetzt mal das letzte Video mit aufgreifen, dass du beispielsweise immer eine Farbfläche angelegt bekommst, in einer ganz bestimmten Farbe, Zyron zum Beispiel, im Modus Differenz, mit einer Flächendeckkraft von 10%. Ja, dann müssen wir natürlich Differenz machen. So, oder vielleicht ein bisschen weniger. Und dann hätten wir standardmäßig auch immer gleich einen Look. Da gibt es ein paar Dinge zu beachten, will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Aber das ist eine Aktion, die dir aufzeigt, immer bitte in dieser Reihenfolge. Und wenn du damit anfängst zu arbeiten und dir das immer im Vordergrund rufst, zuerst diese Aktion abzuspielen, dann weißt du immer, was du in welcher Reihenfolge wie zu tun hast. Wenn dich interessiert, wie man diese Aktion selbst aufbaut oder beziehungsweise umschreibt, schreib das gerne zusätzlich in die Kommentare. Und wenn es da ein großes Interesse zu gibt, dann gebe ich da gerne einmal einen Einblick. Dann haben wir die Frequenztrennung. Auch das werde ich regelmäßig gefragt, welche Frequenztrennung soll ich denn nehmen? Die für 8 Bit, die für 16 Bit reicht eine einfache. Was ist überhaupt die Frequenztrennung und so weiter. Wenn du es noch nicht weißt, dann stell diese Aktion erst mal hinten dran. Letzten Endes ist das ein Versuch. Und ich lasse es jetzt mal auf einem ansatzweise Standardwert. Versucht diese Aktion, dein Bild in Farbe und Struktur zu trennen. Achtung, das ist die Theorie. In der Praxis funktioniert das nicht, weil wir auch auf der Strukturebene immer Farbanteile mit haben. Okay, das heißt, es ist keine 1 zu 1 Trennung, aber es gibt uns einen guten Ansatz, um kompliziertere Tuschen gut zu machen. Dann haben wir die Korrekturmasken. Ich rufe mir mal ganz kurz das Protokoll auf und gehe hier allgemein mal ganz weit zurück, dass wir das Startbild haben. Und die Konturenmasken, das ist letzten Endes ein Automatismus, der dir so eine Maske für beispielsweise leuchtende Konturen gibt. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir könnten jetzt beispielsweise sagen, ich lege mir mal eine Gradationskurve an, nehme mir die Konturenmaske mit der Alt-Taste, ziehe ich die nach oben. Ich springe jetzt mal ein bisschen schneller durch die ganze Thematik, weil ich jetzt die Basics für Ebenen und Masken nicht näher erläutern möchte. Das machen wir dann mal in einem anderen Video. Aber jetzt haben wir hier die Konturenmaske und jetzt könnte ich hier beispielsweise das Ganze aufhellen. So, das sieht jetzt ein bisschen unschön aus, weil wir hier ganz komische Kanten kriegen, aber wir gehen einfach auf die Maske und nehmen den Weichzeichner und bringen den entsprechend mit rein. Und jetzt ist es wichtig, natürlich mit einem Pinsel, schwarze Fordergrundfarbe, die Bereiche rauszunehmen, die wir gar nicht haben wollen. Und dann haben wir jetzt hier einen schönen Glow-Effekt generiert. Also wie gesagt, nimm die Bereiche raus, die du nicht haben möchtest. Alternativ könntest du auch hier über Blend-If das Ganze noch fein justieren. Also mach eine Kombination aus Maskierung und Blend-If. Das sind die leuchtenden Konturen. Dann haben wir Luminanzmasken. Das habe ich schon mal ganz grob angeschnitten. Das, wenn du das startest, ändert sich in deinem Bild erstmal gar nichts. Jetzt aber, wenn du in die Kanäle gehst, siehst du die Kanäle nicht, gehst du auf Fensterkanäle, hast du hier eine wunderbare Möglichkeit, in eine fein abgestufte Ausarbeitung zu gehen für Lichtertiefen und Mitteltöne, um ganz gezielt Bearbeitung vorzunehmen. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise mal in die Tiefen gehe, dann siehst du, dass auf Basis der Gesetzmäßigkeit von Ebenenmasken wir die dunkelsten Bereiche stark ausgewählt haben. Und wenn ich jetzt hier mit der Command- bzw. Steuerungstaste und einem Linksklick auf diesen tiefen Kanal 5 klicke, dann könnte ich das zum Beispiel als Maske an eine Gradationskurve anhängen. Und das Schöne daran ist, ich könnte jetzt hier in einen Farbbereich reingehen und könnte nur die Tiefen entsprechend farblich abändern. Gehen wir nochmal zum Beispiel in den Blaubereich rein und bringen das noch ein bisschen ins Gelbliche. Jetzt haben wir nur die Tiefen etwas bearbeitet. Gebt mir mal in den Kommentaren so einen Ansatz, inwieweit ihr das hier versteht. Oder ob ich vielleicht nochmal zusätzlich auf diese ganze Thematik Ebenenmasken und Luminanzmasken eingehen sollte. Wie man die gezielt einsetzen kann, was die Vorteile davon sind. Da müsst ihr mal ein bisschen mit mir arbeiten, müsst ihr mir mal ein paar Hinweise geben, inwieweit das für euch schon bekannt ist und ihr das nutzt. Ich kann nur sagen, nutzt die Möglichkeit, das ist eine der schönsten Methoden, um seinen Look zu erzielen und wirklich außergewöhnliche Bilder hinzukriegen. Also nicht nur, ich lege irgendwas allgemein über das Bild drüber, sondern sogenannt selektiv zu arbeiten. Dann haben wir den Punkt Kanäle sammeln. Entschuldigung. Kanäle sammeln. Kanäle sammeln ist, da gehe ich jetzt hier nochmal in den Protokollen komplett zurück. Kanäle sammeln ist eine Methode, dass wir normalerweise im RGB-Modus arbeiten. Und dann haben wir die Kanäle Rot, Grün, Blau. So setzt sich das Farbbild zusammen. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir haben jetzt aber noch verschiedene andere Farbmodis. CMYK, LRB und so weiter. Würde viel zu weit gehen. Wir können, also was man da verstehen muss, ist, dass in anderen Farbmodis sich ein Bild anders mit den Kanälen zusammensetzt. Wenn ich jetzt auf Kanäle sammeln klicke, dann zieht er sich aus allen unterschiedlichen Farbkanälen die einzelnen Auszüge einmal raus. Im CMYK-Bereich würde sich das Farbbild zum Beispiel so zusammensetzen. Dann haben wir LRB und da würde das Ganze so aussehen. Das sind natürlich weitere Luminanzmöglichkeiten, die dir nochmal ganz andere Möglichkeiten bieten. Denn wenn ich jetzt hier beispielsweise in den LRB-A-Bereich gehe, könnte ich mir auch das wieder als Auswahl ziehen und könnte das an einer Gradationskurve anhängen. Und das Spannende daran ist, dass wir jetzt hier eine ganz andere Abstufung haben. Guck mal, das ist ohne Maske, das ist mit Maske. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Anwendungsbereich für unsere Kontraststeigerung. Und das ist sehr schön, weil, schau mal, das wäre ohne, viel zu kontrastreich. Das ist mit viel, viel schöner. Wir könnten jetzt, und jetzt gehe ich nochmal in eine erweiterte Methode. Das ist jetzt alles ein bisschen fortgeschritten. Könnte ich jetzt hier in die Maske reingehen und könnte über Bildkorrektur die Maske beispielsweise noch fein justieren, dass wir nochmal ganz andere Abstufungen hätten. Vorher, nachher eine sehr, sehr subtile Änderung. Sehr spannend für den wirklichen, also für den Aspekt, eine Einzigartigkeit mit aufzubauen. So, und dann haben wir noch den Punkt leuchtende Konturen. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Das ist am Ende eine Aktion, die deine hellen Bildbereiche etwas zum Leuchten bringen soll. Also, schaut euch das an. Hier in den Lichtern bekommen wir leichte Glow-Effekte. Das können wir alles natürlich verstärken, indem wir in die Filtergalerie gehen und hier die Kantenhelligkeit nochmal stark erhöhen. Dann erhöht sich das natürlich auch in unserem Bild. Auch hier wieder darauf achten, eben eine Maske und das an den unschönen Bereichen rausnehmen, sodass wir hier keine gar komischen Artefakte oder dergleichen bekommen. Aber das kann dir dabei helfen, das nehmen wir hier nochmal raus, das kann dir dabei helfen, das Ganze nochmal etwas mehr zum Leuchten zu bringen. Okay, so, und das sind meine Workflow-Aktionen, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, die ich dir mit anbieten möchte. Da sind viele fortgeschrittene Thematiken drin. Wie gesagt, arbeitet mit mir, sagt, wo ist euer Kenntnisstand, wo sollen wir vielleicht nochmal ein bisschen darauf eingehen und was kann ich euch noch Gutes tun, damit ihr das besser versteht. Für diejenigen, die sich den Testzugang zur Akademie geholt haben vor einigen Tagen, sagen, ihr habt im Modul 2 eine sehr wertvolle Einleitung in das ganze Thema Ebenen und Masken. Okay, ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf euer Feedback und auf die gezählten Katzen vor allem. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch damit ein bisschen was Gutes tun kann, weil das gibt ein bisschen Orientierung, das gibt ein bisschen Klarheit, was mache ich in welcher Reihenfolge und das erweitert nochmal das Spektrum der Bearbeitung. Okay, also diesmal ein bisschen fortgeschrittener, aber euch möchte ich natürlich auch mitnehmen. Für all diejenigen, die am Anfang stehen, schreibt gerne unten in die Kommentare, was sind eure Herausforderungen hier und dann finden wir da eine gute Möglichkeit, darauf einzugehen. In dem Sinne, ganz liebe Grüße und vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen.